Guten Morgen und Tag, ich will gar nicht um den heißen Brei herumreden und wollte euch sagen, ja, ich mach schon wieder eine kurze Pause. Ich hab jetzt noch eine Woche, ja, ein bisschen Schule, wollte ich eigentlich so als Hauptkund nennen, aber ich sag jetzt mal so direkt, ich mach gerade meine Facharbeit für die Schule und ein bisschen Stress drumherum und ich find erstens nicht so viel Zeit zum Aufnehmen und irgendwie auch nicht so ganz die Lust, weil ich dann immer denke, boah, ich muss noch die Facharbeit machen, aber, 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 ich hau heute noch oder ich hab vielleicht schon vor diesem kleinen Gespräch schon was rausgehauen und dann war's das erstmal für die nächste Woche, vielleicht eineinhalb Wochen. Also nicht allzu lange, ich hoffe, ihr vermisst mich nicht. Ich möchte mich entschuldigen, ich hab in den letzten zwei, drei Tagen auch sehr unzuverlässig hochgeladen, weil, ja, das Problem war ja nicht dasselbe und ich war zu voll, so ein Video hier zu machen. Äh, ich lasse mich mal kurz überlegen, was habe ich noch zu sagen? Ja, ich, äh, lieb euch alle, ne, hier so ein bisschen knuddeln mit euch, wäre voll knuffig und süß, aber, 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 hm, dann sehen wir uns wohl in eineinhalb Wochen knapp, eine Woche, ich weiß es nicht. Naja, ich lieb euch, ihr Wuschels, ne, und danke fürs Zuhören, schaut doch einfach mal noch ein bisschen herum hier, vielleicht mögt ihr mich, vielleicht nicht, das war's eigentlich schon so. Also, tschüss und, äh, wie gesagt, ich lieb euch, wuhu.